Mit diesen Steuertricks kann man seine Steuererstattung einfach erhöhen. Dass sich das lohnen kann, zeigt auch schon die Tatsache, dass mittlerweile die durchschnittliche Steuererstattung bei über 1.000 Euro pro Steuererklärung liegt. Wie auch du deine Steuererstattung erhöhen kannst, das erfährst du in diesem Video. Also los geht's! Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd. Und heute zeige ich dir mehrere einfache und verständliche Tricks, um mehr bei deiner Steuererklärung rauszuholen. Und das Schöne ist, du musst dafür keinerlei Vorkenntnisse haben oder ein Profi sein. Neben den Möglichkeiten aus diesem Video haben wir übrigens auch noch ein übersichtliches und vor allen Dingen für dich kostenloses E-Book mit 100 legalen Tricks und Steuertipps erstellt. In einfacher Sprache und zu Bereichen, die viele von uns betreffen. Den Link dazu findest du gleich unten in der Videobeschreibung. Uns vom Kanal Finanzen ist es wichtig, mit unseren Inhalten und Videos Finanzwissen einfacher anwendbar zu machen und dir dabei zu helfen, eigenständig mehr aus deinen finanziellen Möglichkeiten zu machen. Abonniere also am besten jetzt gleich unseren Kanal. Wir freuen uns auf dich. Starten wir jetzt aber mit dem ersten Steuertipp, den fast jeder nutzen kann, aber merkwürdigerweise gar nicht so viele Menschen kennen. Und das sind die sogenannten haushaltsnahen Aufwendungen. Denn sowohl als Eigentümer von selbstgenutztem Wohneigentum, aber auch besonders als Mieter fallen rund um die Wohnung oder auch des Hauses gewisse Tätigkeiten an, die von Firmen erledigt werden und bezahlt werden müssen. Schaust du beispielsweise als Mieter in deine jährliche Nebenkostenabrechnung, so wirst du dort sehr wahrscheinlich Kostenpositionen finden, wie beispielsweise die Gartenpflege, Heizungswartung, Straßenreinigung oder Hausreinigung, Schornsteinreinigung, aber auch ganz oft einen Hauswart- oder Hausmeisterservice. Aus diesem Grund sind in vielen Nebenkostenabrechnungen, wie auch in diesem Beispiel bei der Hausreinigung, für den Lohn und das Material extra Kosten aufgeführt. Das Schöne ist, du bekommst tatsächlich unabhängig von deinem Einkommen und Steuersatz von diesen Lohnkosten 20% direkt vom Finanzamt erstattet. Ähnlich verhält es sich übrigens, wenn du zum Beispiel selber einen Handwerker, Putzhilfe, Babysitter oder ähnliches beauftragt hast. Einfach auch hier die Lohnkosten in der Steuererklärung in der Anlage haushaltsnahe Aufwendungen eingeben. Sowohl Eigentümer als auch Mieter haben solche Kosten fast immer und es kostet nur wenige Minuten, diese abzusetzen. Ähnlich einfach, zumindest wenn man weiß, wie es geht, ist dann der Bereich Arbeitsmittel. Diese zählen nämlich zu den Werbungskosten und umfassen Ausgaben wie Berufskleidung und dessen Reinigungskosten, ein teilweise genutzter Computer oder Laptop, Fachbücher und Fachliteratur und viele weitere Dinge. Hast du also Kosten für solche oder ähnliche Dinge gehabt, die im Zusammenhang mit der Erzielung von Einnahmen, also beispielsweise deinem Beruf zu tun haben, dann kannst du diese in der Anlage N bei den Werbungskosten absetzen. Wichtig, dabei ist immer nur der berufliche Anteil absetzbar. War der Anschaffungspreis für einen Computer also 800 Euro brutto und du nutzt diesen zu 50% beruflich oder für deine Ausbildung oder ein Studium, dann kannst du dementsprechend 400 Euro von den 800 absetzen. Ein Wert, der zwar keine echte Steuerpauschale an sich darstellt, auf die nun mal jeder Anspruch hat, sondern eher eine Grenze, die meist von den Finanzämtern nicht beanstandet wird, sind dann noch für die Arbeitsmittel im gesamten Bereich zusammen 110 Euro jährlich. Was zwar eigentlich ebenfalls zu den Arbeitsmitteln zählt, aber bei uns einen eigenen Punkt bekommt, weil er so wichtig ist, ist dann der nächste Steuertipp, um deine Steuererstattung zu erhöhen und das ist die Absetzbarkeit von Handy- und Internetkosten. Solche Kosten hat wohl heutzutage ebenfalls fast jeder. Egal, ob nun mit Vertrag oder als Prepaid-Variante, ein Teil der Kosten kann man davon auch absetzen, wenn man sein Handy oder auch das Internet zu Hause zumindest teilweise beruflich mitnutzt. Ist man also für den Chef, die Kollegin oder vielleicht sogar für den Kunden auch über diese vermeintlich private Handynummer erreichbar oder checkt man beispielsweise mit dem Smartphone oder am PC seine beruflichen Mails, wofür man ja dann einen Internetzugang zu Hause braucht, so hat man gute Chancen, diese Kosten auch ansetzen zu können. Auch hier wieder natürlich nur den beruflichen Anteil. Um diesen herauszufinden, gibt es zwei Wege. Entweder, und das ist der komplizierte Teil, den man nicht unbedingt empfehlen kann in der Praxis, man führt dabei tatsächlich über einen längeren Zeitraum ein Nutzungstagebuch, wo man wirklich aufschreibt, wann, wie lange und wofür man das Handy oder Internet gerade beruflich oder privat genutzt hat. Daraus kann man dann eine prozentuale Aufteilung ableiten und diese dann umsetzen. Oder aber man nimmt den einfachen Weg, der sich in der Praxis etabliert hat. Man setzt 20% der angefallenen Kosten bis zu einem Gesamtbetrag von jährlich maximal 240 Euro an. Es gibt sogar Berufsgruppen, da werden häufig pauschal 50% oder auch höhere Gesamtbeträge akzeptiert, wie zum Beispiel bei Außendienstmitarbeitern, Immobilien- und Versicherungsmaklern, aber auch Journalisten, Sozialarbeitern, Projektmanagern und einigen mehr. Also alles Berufe, wo die betroffenen Personen viel auf dem Handy erreichbar sein müssen oder auch zu Hause auf das Internet angewiesen sind. Durch Corona und das Arbeiten von zu Hause kann sich diese Werte natürlich nochmal erhöhen, da man ja mittlerweile nachweislich zu Hause arbeiten musste und da sein Handy und eben nicht die Firmentelefonanlage genutzt hat. Beziehungsweise zu Hause gibt es ja eben nur den privaten Internetanschluss. Wenn es also bei dir zutrifft, versuche ruhig mehr abzusetzen und wo wir schon beim Arbeiten von zu Hause sind, der nächste Steuertipp ist dann die Homeoffice-Pauschale. Und diese findet man ebenfalls bei den Werbungskosten. Dabei darf man pro Tag, an dem man von zu Hause gearbeitet hat, also im Homeoffice, wie der Name ja schon sagt, pauschal und ohne weitere Kostennachweise 5 Euro absetzen. Und das für maximal 120 Tage innerhalb eines Jahres, was dann maximal 600 Euro entspricht. Leider kann man an diesen Tagen dann aber nicht in den nächsten Steuertipp für sich gelten machen und das ist einer der wichtigsten Bereiche für viele in der Steuererklärung. Ich spreche von der Entfernungspauschale, welche als pauschale Lösung für die Wege zur Arbeit gedacht ist. Auch hier muss man dann keine Nachweise wie Tankquittung oder sonst etwas haben. Nein, man darf für jeden Kilometer der einfachen Entfernung, also beispielsweise dem Hinweg, 30 Cent pro Kilometer absetzen und das für jeden Tag, wo man eben dorthin gefahren ist. Eine Person, die einen Urlaubsanspruch von zum Beispiel 30 Tagen im Jahr hat und nicht länger krank war, kommt dabei gerne mal auf 230 Arbeitstage im Jahr und hat diese Person dann einen Arbeitsweg von zum Beispiel 15 Kilometer, so könnte sie also 230 Tage mal 0,3 Euro, also die 30 Cent, mal 15 Kilometer absetzen, was einem Betrag von immerhin 1035 Euro entspricht. Für Fahrten übrigens zu einer anderen Tätigkeitsstätte, wie als Azubi zur Berufsschule oder dualer Student in die Uni oder aber bei wechselnden Tätigkeitsorten darf man sogar 30 Cent für den Hin- und den Rückweg absetzen. Und das als Reisekosten für sogenannte Auswärtstätigkeiten. Übrigens gibt es diese Pauschale unabhängig vom genutzten Fortbewegungsmittel. Kleiner Tipp, wer nur einen kurzen Arbeitsweg hat, aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin fährt, der kann statt der 30 Cent pauschalen Variante pro Kilometer anzusetzen, auch die vollständigen Kosten für ein Monats- oder Jahresticket absetzen. Und das, auch wenn er es ja auch ein bisschen privat genutzt hat. Das waren mal 5 Steuertipps zu den ganz gängigen Kosten, die fast jeder von uns in der Steuererklärung absetzen kann. Natürlich habe ich mich bewusst kurz gehalten an der Stelle und das Steuerrecht kann natürlich sehr kompliziert, aber auch detailliert sein, das habe ich hier bewusst vermieden an der Stelle. Schau einfach auf unserem Kanal nach, zu jedem der genannten Themen haben wir nochmal einzelne Videos, wo die Punkte genauer erklärt werden und ich teilweise sogar zeige, wie man das Ganze in der Steuererklärung einträgt. Und wenn du ganz neu bist im Thema Steuererklärung und das ist ein wichtiges Thema, dann schau dir auch unser Erklärungseinführungsvideo zum Thema Steuererklärung an, was mittlerweile auch schon wieder über 100.000 Klicks bekommen hat, also sehr gut ankommt. Viel Spaß dabei und natürlich auch viel Erfolg. Und damit du in Zukunft keines unserer Videos mehr aus den Bereichen Steuern, Geldanlage und Finanzen verpasst, abonniere am besten unseren Kanal und lass dem Video auch noch als Unterstützung für unsere Arbeit einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir, dein Finanzner Simon.